guten morgen wir haben heute den ich kann es gar nicht sehen weil es hier noch so dunkel ist fünferzwanzigsten donnerstag den fünferzwanzigsten ja und dunkel ist es bloß weil es rollo unten ist wir haben es halb zwölf mittag und ich bin gerade eben erst aus dem bett gekrochen das heißt gas geben dass wir die bodenplatte weg kriegen darum werde ich mich jetzt fertig machen und dann draußen die bodenplatte klein hämmern attacke so leute jetzt gucken wir uns das ganze noch an weil im gestrigen video am abend hat man ja gar nicht mehr so viel gesehen also ja wie gesagt die bodenplatte noch kurz und klein hämmern hier hinten an der wand entlang das zeug noch ein bisschen weg kloppen ja und dann vorne in kontenner schmeißen und dann haben wir es geschafft sie bloß so viel aus nicht aufregen nur wundern gott sei dank haben sie bei dem boden auch scheiße gebaut haha dann geht der relativ schnell zum raushämmern ja komplette bodenplatte noch raushämmern den ganzen scheiß noch in container nein dann haben wir den abriss bauer abschnitt erst einmal so weit fertig so leute heute ist mal der zweite tag wo richtig was weg geht so wie man sich so wie man sich das wünscht und daher schauen wir mal rüber also hier ist die komplette deckplatte abgetragen und hier ist sie komplett klein getrümmert ja wir werden jetzt auf alle fälle hier die groben steine alle noch da schmeißen und dann werde ich eventuell oder nein nicht eventuell ich werde dann nachbarn noch mal fragen ob er eventuell so nett wäre und noch mal kurz mit seiner frontlader schaufel hier doch fahren würde weil dann wäre das innerhalb von einer viertel stunde alles komplett weg ja viertel stund 20 minuten wir halt mit dem rumgucken braucht aber das wäre mal dann eine geile sache was mache ich dann später noch definitiv die weißen reste von der wand weg das werde ich mal mit dem hochdruckreiniger probieren ja bei der gelegenheit kommt auch der ganze scheiß putz noch zwischen der ziegel ein bisschen raus und dann kann der philipp so richtig los bettscher morgen geil ja und heute schneide ich eventuell noch eine video botschaft von ihm mit rein leute wir haben jetzt vier fünf minuten vor vier und ich kann nicht mehr ich mag nicht mehr ich habe keine lust mehr weil zu ihm beim nachbar noch mal wechsel frontlader der ist jetzt leider auch selten aus ich hoffe dass der mir heute noch mal fährt ansonsten habe ich die arschkarte ja ich zeige euch was man bis jetzt noch heute fertig gebracht haben und was ich hoffe was der kollege noch mit dem frontlader mir macht ja im prinzip muss man bloß noch die bahn in frei schaufeln und den container kippen dann wäre der ganze rotz weg ich werde nachher dann später noch druckreiniger auspacken kärcher schauen dass sie mit der rotodüse noch eben die die farbe von der wand runter krieg beziehungsweise ein bisschen klopfen aber wie gesagt um vier rum vier bis um sechs halb sieben halt da die sonne am heftigsten hin da hilft dann nicht einmal mehr die plane und deswegen mache ich jetzt erst mal eine ordentliche rituelle waschung ja und dann geht eben ja ich muss ja immer gucken wer kommt dann geht eben später weiter so freunde ich habe die plane entfernt jetzt muss dann bloß noch der nachbar rüber kommen wächst den dreck noch restlichen wegschippen und hinter der mauer hier kriegt dauernd dumme sprüche reingedrückt warum die nachbarin ist so nett und auf der anderen seite den bauschutt weggehen der über die mauer drüber geflogen ist heike du hast auch eine goldene eintrittskarte zur einweihungsparty ja warum auch nicht auf gute nachbarschaft sage ich da bloß sie maulert auch nicht rum wenn der andere dann später noch mit dem bullock hier rumeiert ja aber jetzt hole ich erstmal den hochdruckreiniger raus und schaue dass ich die farbreste weg krieg wer jetzt denkt ich dampf hier jetzt mit leitungswasser ab falsch gedacht ich nehme das wasser aus den regentonnen haben die grübeln und er auch noch du hast ja auch ein stückchen du hast das gesagt Das macht ja nicht viel, aber bei Schwarz ist es noch ein bisschen unscheinlich. Danke. Okay, ich ziehe andere Klamotten an. Warum? Ja, da ziehe ich lieber andere Klamotten an. Schnell wieder die alten Klamotten angezogen. Egal. Ich mache jetzt weiter und schaue, dass die Farbe runterkommt, damit Philipp was zu tun hat. Ich mache jetzt die Farbe runterkommt, damit ich die Farbe runterkommt. Die Farbe runterkommt, damit ich die Farbe runterkommt. Bis zum nächsten Mal. ja leute auf alle fälle ist es bei der hitze immer noch eine angenehme arbeit ich schalte aber jetzt hier erst einmal ab und ja später sehen wir uns noch mal ich glaube jetzt kann ich meine klamotten auch noch gleich abdampfen und mich am besten selber auch noch scheiß dreck ich nehme normalen wasserschlauch und spritz mich hier heraus einfach mal schnell ab und nachher zeige ich euch dann noch die wand kann man glaube ich lassen und wenn nicht ist mir sauer wurscht das wasser ist ja bock warm oh i just got it oh 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 Oh, 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 oh. Tja, Leute, ich würde sagen, ich gehe mich dann mal wieder umziehen, es sauber machen, etc. pp. Und danach sehen wir uns dann wieder, wenn es dann noch hell ist. Oh, ist das nass? Mein Gott, ist das nass? So, Leute, da hängen jetzt bloß noch ein paar Putzreste dran. Das muss ausreichen. Wenn der Philipp da noch Probleme hat, muss er es selber wegklopfen. Ist mir egal. Und ja, da hoffe ich, dass eben, wie gesagt, nachher noch der Bulldog kommt, den Rest reinschaufelt und fertig. Ja, wie es dann weitergeht, seht ihr dann morgen, beziehungsweise auch, wie es da dann ausschaut. Okay, ich gehe jetzt rein, Video bearbeiten, damit ihr noch was zum Angucken habt. Ja, und eben warten, bis der Kollege kommt. So, lieber Grill-Changie, wie du siehst, es ist dunkel hier. Und zwar bin ich fertig mit dem Laden. Noch Verzuren und dann mache ich mich morgen früh gleich auf die Socken, damit ich deinen Hof, beziehungsweise dein Hofgut verputzen kann und das Gerüst aufstellen kann. Ich hoffe, du hast schon mal Gerüst gebaut, weil ich werde dich brauchen beim Halten und beim Aufbauen. Dann würde ich sagen, ich verzure jetzt noch schnell, mache mich nach Hause, duschen, ins Bett und morgen früh fahre ich zu dir. Mach's gut.